Hallo und herzlich willkommen, hier zurück in der Fußballzentrale. Heute standen wir rein mit der nächsten Episode, FIFA 20 Jahre mit dem AC Mailand. Heute steht jetzt allererst mal das Spiel gegen Empoli an. Wir müssen ja in der Liga weiterhin gucken, dass wir an Juve ranbleiben und vielleicht mal einen Patzer, den sie haben, ausnutzen können. Das heißt, das Spiel gegen Empoli ist immer wichtig, wie jedes Spiel eigentlich für uns momentan, weil wir einfach nicht verlieren dürfen. Ähm, wir werden nichts umstellen, denke ich mal. Ähm, ja, nee, Suyuncu war so schlecht in den letzten Spielen, der kommt auch, oh, 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 okay, das wird natürlich umgestellt. Donnarumma ist endlich wieder da und jetzt ist er auch wieder unser Starttorhüter natürlich, ohne Frage. Dementsprechend können wir jetzt mit einem neuen, beziehungsweise unseren alten Keeper in das Spiel gegen Empoli rein starten. Wir wollen mal gucken, wie wir da so spielen. Wir gewinnen 2 zu 0, zwei Tore von Insigne. Sehr schön, der ist auch richtig gut in Form. Also der Transfer hat sich für uns auf jeden Fall gelohnt bisher. Ähm, können ganz kurz mal gucken, ist er in der Torschützenliste dabei? Ja, unter den ersten 8 zumindest mal nicht, aber irgendwo wird er auf jeden Fall dabei sein, weil er hat schon ein paar Tore für uns auf jeden Fall gemacht. Alessio Mancini könnte ausgeliehen werden nach Red Bull Salzburg. Ist euch gar nicht so schlecht, weil Salzburg, da kennt man ja, dass die Talente sich da sehr, sehr gut entwickeln. Vielleicht kann er das auch machen. Das können wir auf jeden Fall annehmen. Ansonsten gucken wir nochmal, wie viel Geld wir eigentlich noch haben. 11 Millionen. Das reicht jetzt für nicht so viel. Ich glaube, dass wir in dieser Transferperiode tatsächlich keine weiteren Transfers machen. Allein schon, weil unser Kader sowieso schon relativ voll ist. Und ja, es gibt eigentlich auch keinen Spieler, der da wirklich nochmal eine signifikante Verbesserung wäre. Dementsprechend würde ich sagen, wir bleiben einfach bei unserer alten Mannschaft und müssen da jetzt keinen weiteren Spieler hinzufügen unbedingt. Ihn würde ich tatsächlich gerne behalten, weil unser Verteidiger Hernández und Takimi sind beide Leute, die sehr viel laufen. Da können man auf jeden Fall da, oh, der ist verkauft, ein paar Ersatzspieler gebrauchen, wo man einfach mal ein bisschen rotieren kann. Ich denke, da ist Calabria genau der richtige Mann. Jetzt steht dann das Spiel gegen Neaplan. Dann müssen wir mal gucken. Vinicius Junior ist auf 85 hoch. Ich packe ihn trotzdem raus, weil immer wenn ich ihn gestartet habe, lief es nicht so gut. Deswegen Raffinia wieder rein. Ansonsten bleibt alles beim Alten. Das ist ja unsere bewährte und auch beste Mannschaft so ziemlich. Dementsprechend würde ich sagen, da ändern wir sonst nichts mehr. Wir wollen ja gegen Neapel auf jeden Fall gewinnen. Die sind ja auch oben dabei. Spiel vom Zweiten gegen den Fünften tatsächlich. Immer noch sechs Punkte für uns gegenüber Juve. Müssen wir mal gucken. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach gleich im Spiel gegen Neapel. Hallo und herzlich willkommen hier beim Spiel gegen Neapel. Es schneit tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob das unser erstes Spiel im Schnee ist in dieser Karriere. Bin ich mir gar nicht so sicher. Aber alles in allem ist das doch ein sehr, sehr geiles Spiel. Auch wenn es ein bisschen schneit. Ich denke, davon sollten wir uns hier nicht aufhalten lassen. Weil Neapel gegen Mailand ist auf jeden Fall ein gutes Spiel. Was man auf jeden Fall anschauen kann. Insigne schickt da jetzt Rafinha. Der ist frei durch. Rafinha 1 zu 0 für den AC Mailand hier. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir Rafinha heute spielen lassen haben. Und nicht Vinicius Junior. Weil er zeigt einfach, dass er gut in Form ist. Und dass er hier direkt das erste Tor macht. Damit hat er mir auf jeden Fall gezeigt, dass er ein richtig guter Spieler ist. Nicht, dass wir das nicht schon gewusst hätten. Aber hier nochmal schön unterstrichen von ihm. Und auch ein richtig schönes Tor. Also der Junge. Der Transfer hat sich auf jeden Fall in der Sommertransferperiode sehr, sehr gelohnt. Er zeigt auf jeden Fall, dass er ein richtig guter ist. Freistoß hier für Neapel. Mal sehen, ob der gefährlich wird. Der kommt gut. Aber Donnarumma hat da keine Probleme, den ersten Ball für ihn diese Saison zu halten. Zumindest den ersten Ball, den wir sehen. Oh, direkt der zweite. Und dann ist er drin. Wieder mal ein sehr, sehr schlechter Abwurf. Eigentlich interessant. Mit Arsenio hatten wir solche Dinger gar nicht mehr drin. Aber mit Donnarumma fängt es scheinbar wieder an. Erster Schuss hier von Morata noch gehalten. Aber der zweite ist dann natürlich sehr, sehr schwer zu halten. Ähm. Also egal, was er da macht. Da kann er nicht mehr viel machen. Der war einfach dann zu einfach für Morata. Aus der Entfernung kriegt er den natürlich locker rein. Ricciallison im Zusammenspiel mit Merino. Der dreht sich nochmal. Ricciallison legt das Ding nochmal zurück auf Tonali. Latte. Das gibt es nicht. Oh, so ein Pech. Richtig schöner Schuss hier von Tonali. Und auch generell sehr, sehr schön von uns gespielt. Aber leider geht das Ding dann nur an die Latte. Da hätte man auf jeden Fall mehr raus machen können. Aber vielleicht hier nochmal. Rafinha. Aber auch der geht knapp vorbei. Also wir haben jetzt hier eine richtig gute Doppelchance. Das hätte auf jeden Fall die Führung für uns sein können. Naja. Immerhin zeigen wir hier nach dem Ausgleich, dass wir noch im Spiel sind. Dass wir hier auf jeden Fall das Spiel gewinnen wollen. Das ist zumindest die einzig positive Sache, die man aus zwei so großen vergebenen Chancen herausziehen kann. Merino. Läuft da alleine durch. Hat jetzt leider keine Anspielstation. Muss ein bisschen das Tempo rausnehmen. Auf Ricciallison. Wieder ein guter Schuss. Aber wieder geht er knapp vorbei. Also mit der Chancenverwertung haben wir es hier gerade nicht so. Drei gute Chancen hier für uns. Alle drei wirklich teilweise kläglich vergeben. Starten wir hier mal rein. In die zweite Halbzeit. In der ersten Halbzeit ist dann nach unseren drei großen guten Chancen nicht mehr viel passiert. Damit sind wir dann mit dem 1 zu 1 auch in die Halbzeit gegangen. Ich denke, das ist auch ein okayes Ergebnis. Auch wenn wir hier sicherlich hätten führen können. Also wir waren alles in einem, denke ich, schon die bessere Mannschaft. Aber naja. Gucken wir mal, dass wir in der zweiten Halbzeit vielleicht noch die ein oder andere gute Chance herausspielen. Immer noch Hernandes. Hernandes. Oh, guter Schuss. Direkt die erste richtig gute Chance her in dem Spiel. Das wäre es gewesen, wenn unser Linksverteidiger hier die Führung für uns erzielt. Macht der schön. Und auch der Schuss war gar nicht so schlecht, auch wenn Rafinha da am Abseits steht. Aber das hätte hier schon die Führung sein können. No, gute Chance hier für Neapel. Aber Donnarumma fischte ihn auch gerade so raus. Das wäre sehr, sehr ärgerlich gewesen, wenn wir hier tatsächlich in den Rückstand geraten. Der hätte genau gepasst. War ein echt guter Schuss. Aber zum Glück ist Donnarumma da. Rafinha hat da ein bisschen Platz auf dem Flügel. Rafinha, guter Schuss. Damit hat der Keeper erstmal nicht gerechnet, dass er den direkt auf den kurzen Pfosten zieht. Wirklich eine gute Chance. Oh, aber der Keeper ist wirklich auch noch mit einer guten Parade da. Das hätte hier wieder die Führung sein können. Komm schon, wir haben noch eine Viertelstunde Zeit, um hier die Führung für uns zu erzielen. Sagnolo. Immer noch Sagnolo, der geht da durch. Sagnolo! Macht hier das 2 zu 1 für den AC Mailand. Was ein wichtiges Tor. Boah, ich dachte schon, wir müssten hier wirklich gucken. Und würden noch tatsächlich weiter Anschluss an Juve verlieren. Aber dann kommt Sagnolo mit diesem Solo. Und das macht er richtig stark, wie er den unten rechts rein versenkt. Boah, normalerweise hat er bei uns ja nicht wirklich gesetzt. Und auch wirklich nicht mit vielen guten Aktionen. Aber das hat er wirklich bärenstark gemacht. Und damit uns hier die Führung bestätigt. Jetzt müssen wir das nur noch über die Zeit bringen. Und wir hätten einen ganz, ganz wichtigen Sieg hier gegen Neapel erkämpft. Und da ist das Spiel aus. Wir gewinnen hier mit 2 zu 1. Sagnolo beschert uns hier den Sieg. Und man muss einfach so sagen, wie es ist. Das war verdient. Wir waren wirklich über 19 Minuten ja eigentlich die bessere Mannschaft. Wir haben zwar noch ein paar dumme Schocks uns zugelassen. Aber alles in allem waren wir die bessere Mannschaft. Und es ist ein verdienter Sieg. Und es freut mich auch für Sagnolo persönlich, dass er hier mal zeigen kann, dass er ein guter Spieler ist. Und so ein wichtiges Tor für uns schießt. Und wir setzen mal wieder ein Zeichen im Meisterschaftskampf in Richtung Juve. Wir sind noch da. Und wir wollen diesen Titel dieses Jahr. So, als nächstes steht hier jetzt ein Pokalspiel gegen Lecce an. Oder Lecce, Lecce, Lesse, keine Ahnung. Bin kein Italiener. Ist mir zu hoch. Ich als deutsche Kartoffel kann das nicht aussprechen. Aber das soll auch egal sein. Wir wissen auf jeden Fall, gegen wen es geht. Die sind nicht die allerbeste Mannschaft. Ich denke, da können wir mal ein bisschen rotieren. Einfach mal ein paar Spielern, die jetzt sonst wieder nicht so häufig zum Einsatz kommen. Ein paar Einsatzminuten geben. Ich denke, das ist immer eine sinnvolle Sache. Sagnolo hat sich im letzten Spiel auf jeden Fall bewertet gemacht. Der Junge kommt auf jeden Fall wieder in die Startformation. Ich denke, das ist keine Frage. Er ist einfach ein Junge, dem man diese Möglichkeit geben muss. Weil er ja wirklich ein guter Mann ist. Und auch gezeigt hat, dass er ein guter Mann ist. Das, äh... Achso, eine Sache, die wir noch machen können, ist Leao rein. Der hat auch ein bisschen Einzelzeit mal verdient. Spielt ja auch nicht so häufig. Dementsprechend simulieren wir mal das Spiel hier gegen Lecce. Die haben in der zweiten Italienischen, glaube ich, mittlerweile. Leao und Modric machen die Tore. Aber Hernandez hat sich verlässt. Das ist unschön. Sechs Wochen Ausfall. Ei, 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 ei. Das ist unschön. Naja, dann muss Hakimi jetzt auf links spielen und Calabria auf rechts. Junge, wie viele Transferangebote kriegen wir hier gerade für unsere Ersatzspieler? Aber die will ich alle nicht abgeben. Weil wir haben noch ein Ziel. Wir müssen mal gucken, ob wir das schaffen im Endeffekt. Ähm, aber naja. Aber Juve gewinnt halt jedes Spiel, ne? Die verlieren gar nichts. Anfang von FIFA war es noch so, dass die Top-Mannschaften jedes Spiel gewinnen. Äh, jedes Spiel verlieren und irgendwie voll schlecht plötzlich sind. Aber jetzt aktuell ist es wirklich so, dass die Top-Mannschaften einfach alles gewinnen und du halt gar keine Chance mehr hast, mit deiner Mannschaft, wenn du mal hinten dran bist, da überhaupt noch irgendwas zu holen. Und genau so ist gerade auch wieder Juve hat schon wieder gewonnen. Gerade sind es neun Punkte Rückstand für uns, weil sie halt einfach gerade erst gewonnen haben. Aber naja, wir wollen hoffen, dass wir auch gewinnen und nachziehen. 4-0 hat Juve hier gegen Sampdoria letztens erst gewonnen. Gucken wir mal, wie wir gegen sie spielen. Das ist unschön. 1-1 nur gegen Sampdoria. Damit ist der Abstand gewachsen auf 8 Punkte. Ja, man muss einfach sagen, es sieht momentan nicht so gut aus für uns und nicht so, als würden wir in nächster Zeit wieder an sie rankommen und um die Meisterschaft mitspielen können, was echt schade ist. Ich hätte es mir echt gewünscht, dass wir dieses Jahr um den Meistertitel mitspielen können. Genauso wie letztes Jahr. Letztes Jahr war es aber nochmal ein ganzes Stück enger als dieses. Acht Punkte mittlerweile. Juve ist vorne weg. Also wenn da nicht irgendwas ganz, ganz Grobes passiert, sollten wir diese Saison vermutlich nicht Meister werden. Aber als nächstes steht ja noch ein Spiel gegen Genua und ich denke, das ist das Letzte, was wir für diese Episode auf jeden Fall noch reinpacken. Gucken wir mal, dass wir gegen Genua vielleicht wieder mal gewinnen können. Die sind nicht so gut in Form. Jawohl. 3-0. Immerhin etwas. Modric, Richarly soll und Vinicius Junior treffen hier. Immerhin etwas Positives, kann man sagen. Als nächstes steht dann ein Spiel gegen die AS-Roman so um. Auch kein schlechtes Pokal steht mal wieder an. Ich weiß gar nicht, welche Runde das jetzt ist. Viertelfinale. Okay. Viertelfinale Pokal gegen AS Rom. Gegen die AS Rom. Das ist ein Spiel, was wir in der nächsten Episode machen. Und in der nächsten Episode stehen zwei richtig fette Spiele an. AS Rom kommt vorbei und wir spielen mal wieder gegen Inter. Und dann Barcelona. Ei, ei, ei. Also Champions League wird auch hart. Aber naja, das sind Sachen für die nächste Saison. Was wir mal ganz kurz gucken, ist Tabelle. Und zwar. Ist natürlich die Frage. Ich suche natürlich die Liga. Ich glaube, da bin ich in die falsche Richtung gegangen. Macht nichts. Hier sind wir. Immer noch acht Punkte. Juve gewinnt. Alter, die haben 21 Siege. Null Unentschieden. Null Niederlagen. 68 Tore. Ja. Ich sage da nichts mehr zu. Damit verabschiede ich mich aus dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir immer gerne ein Like, ein Abo da. Und wir sehen uns das nächste Mal hier in der Fußballzentrale. Bis zum nächsten Mal. Das ist Untertitelung des ZDF, 2020